Wir sind in dem Mikro-Verteilbetrieb Neuendorf. Das liegt sehr zentral in der Schweiz. Uns zeichnet aus, dass wir die gesamte Non-Food-Logistik für die Mikrowertschöpfungskette machen. Das heisst, wir kommissionieren alles, was nicht Food ist, über Spielwaren, über Elektronikartikel, über Gartenartikel, über Superverbrauchernartikel, zum Beispiel WC-Papier, Waschmittel und solche Sachen. Das ist unsere Kernaufgabe hier in Neuendorf. Der Eigo Neo ist von den Anbietern, die wir auf dem Markt getestet haben, das Fahrzeug, das am weitesten entwickelt ist. Ein Stilfahrzeug hat uns in Hamburg aufgezeigt, dass es sehr viele Möglichkeiten bietet, die unser tägliches Geschäft abbildet. Zum Beispiel eine Zick-Zack-Kommissionierung, dass das Fahrzeug vor dem Mitarbeiter herfährt und den Mitarbeiter am Ende kommissionieren kann und die Schichtung auf der Palette vornimmt. Zudem kann das Fahrzeug auch so eingestellt werden, dass ich eine MKK-Kommissionierung mache und er kann einstellen, hält das Fahrzeug in der Mitte zum Kommissionieren machen oder beim ersten Kunden oder beim zweiten Kunden. Ein weiterer Aspekt von Eigo Neo ist die Produktivitätssteigerung, die jetzt schon spürbar ist. Aktuell wird ein neues Future eingespielt. Dies wird auch zukünftig gemacht. Das Fahrzeug entwickelt sich weiter im Laufe der Jahre, also vor unseren Bedürfnissen genau zugeschnitten. Darum sind wir uns sicher, dass wir mit diesem Fahrzeug für die Zukunft bestens gerüstet sind. Also das Gerät ist sehr bedienerfreundlich. Ich kann nur positiv sprechen und ich glaube, das ist etwas, was man nur empfehlen kann. Es ist körperlich weniger anstrengend. Je nach 20 Jahren Migros muss sagen, es hilft und es erleichtert die Arbeit. Der Einfachste ist, dass ich die ganze Zeit vom Fahrzeug hinauf- und absteigen muss und das erschwert mir sehr viel Kraft. Wir sind so vorgegangen, dass wir mindestens sechs verschiedene Anbieter hier gehabt haben, haben wir angefragt für neue Fahrzeuge. Wir sind auf den Markt gegangen, haben geschaut, was es heute für Technologien gibt. Einer davon war natürlich still. Jeder Anbieter hatte die Chance, ein Fahrzeug zu bringen. Wir sind es dann im Live-Betrieb gefahren und haben es ausgewertet, wie gut sind die Fahrzeuge. Und still hatte die Nase vorne. Mein Eindruck war, still ist drei Jahre vor der Zeit. So wie wir still jetzt erlebt haben, dass sie mit uns diesen Weg gegangen sind und wir mit ihnen diesen Weg gehen konnten, hat sich daraus eine gute Zusammenarbeit entwickelt, die wir sicher ausbauen werden und auch weiterempfehlen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.